Die Kinder haben ja auch geklemmt. Mone ist hier hochgekommen. Nur als Info. Mone ist hier oben gewesen. Also es geht. Doch, gerade Kinder kommen da hoch. Deswegen ist es unfair. Wir gehen auch nicht weiter. Die nächste ist noch gar nicht freigegeben. Da musst du hin. Oder nicht toll, ist mir egal. Ganz der Papa. Sieht aus, als wird der Andreas sich nächste Woche erst mal eine T5-Ausrüstung kaufen und anfangen zu üben. Hat er doch schon. Hat er doch schon. Scheiße. Ich hab's doch nicht zu. 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 Ich hab's recht. Ja, ich weiß, dass du da was leid hast. Oh, ja, ja. Anderen sind ja nicht rum. Ja. 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 Ja, ich hab den Wein hoch. H Winkel hoch. Okay. Das ist rät für Kinder im Puten, ne. Ja. Das ist fast null Watt für den Finger. Ach's des Ziel! Ich hab's nochmals gesagt! Nee, der wäre doch auch hoch gegangen. Der hätte die Dauung nicht zu gepackt. Olli! 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 1,8 4,5 6,5 5,5 1,9 1,9 1,9 1,9 3,5 116! Das kriegst du, Jungs, das kriegst du! 116! Ja, siehst alle beiden! Schauen wir mal nach! Ja doch! Du bleibst! Du bleibst! Du bleibst! Nein, da kann ich nicht erkennen! Kann ich nicht erkennen! Du bleibst! Du bleibst! Du bleibst! Du bleibst! Du bleibst! Gaah! Du bleibst! Du bleibst! 137! 128! 128! 238! Letzt, citt dar! 5! Ja, da geht's wieder. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Aber so ist es jetzt noch die Ablesung. Hoch anziehen, es ist anziehen, ich halte mich nicht in Richtung der einen. Oh mein Gott! Komm mal noch rein? Ja, aber schau, dann sollen sie dann jetzt trotzdem, und du kannst ja noch mal versuchen. Komm, man ist vorn. Zumindest einmal anpassen. Wird die ablesen. Komm, ich muss nur noch ablesen. Nimm die! Das ganze Rudel ist stolz auf dich. Du hast nur noch 10 Minuten, dann ist meine Speicherkarte voll. Wir hauen immer die Füße auf die Knoten. Genau richtig. Taktik. Ich bin mir nicht sicher. Komm mal ein Foto jetzt. Komm, da sieht man den Boden. Komm, Video läuft, lass gehen. Oh, läuft, komm, auf. Ich bin ja erst bei Club Jack wie du ihr. Komm, Kämpfen! Ich hab ja mal ein Netbook, da kann man sich das nachher mal angucken. Die ganze Zeit schon, weil er nicht wieder zurückläuft. Was ist das, was wir machen? Hey! Was ist das, was ich sagde? Hey! Oh, ich bin ja gar nicht. 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 Hört mal fest. Wie da aussehen? Wir hängen da schon einige Stunden in diesem Loch. Seine Trinkenwilfs musst du da drauf beißen. In die Rille. Wir sind da drauf beißen.